hallo ist der martin von manneman case dass die dax analyse für nun mittwoch den 12 4 2021 und unser hobbel hitzen zeigt sich erst mal ruhig sogar leicht freundlich auch wenn er jetzt nicht unbedingt lachte aber wir sind so ich sag mal nach dem nach den feiertagen jetzt erstmal nicht schwach reingekommen wir haben sozusagen auch naja keine fünf minuten ja vielleicht waren es fünf minuten aber keine stunde unterhalb des donnerstagsschluss notiert sind mit aufwärtsgap reingekommen haben das nicht so richtig halten können haben uns am vorherigen hoch der vorwoche mal kurz abgestoßen gleich am morgen dann gep los gemacht und wieder erholt also eigentlich ein ziemlich entspannter tag aber so haben wir es auch gesagt ist erinnert euch ich hatte gesagt wenn auch short und so weiter dann abwärtsgap 55 drunter legen dann dann hätte ich bock zu shorten das muss aber auch so bringen weil wenn er oben raus möchte wäre es für mich eher auf longseite interessant und man sollte dann aber eben auch geduld mitbringen weil der dax eben hochzu oft einfach ein bisschen düsseliger unterwegs ist das ist aber so seine natur da braucht man sich nicht darüber aufregen da muss man sich auch nicht jedes tag nicht jeden tag aufs neue dann irgendwie ja ich sag mal in einen wutgeschrei verfallen und sich mit ihm duellieren indem man den bildschirm anschreit oder ungeduldig raus und rein springt weil man dann doch unsicher wird ach halte ich jetzt meinung halte ich jetzt nicht meinung halte ich jetzt meinung halte ich mein nicht mehr noch sondern dann einfach sagen okay drin take profit oder stop loss fertig ist und in der regel verwandelte sowas dann eben halt auch so von daher wir haben jetzt gett die gett los gesehen das war so eigentlich die einzige schöne long chance überhaupt den ganzen tag geboten hat von dort ist er aufgedreht hat auch die 700 schon erreicht das war für diejenigen die von uns hier die mails bekommen das war so für uns dass das das nächste ziel ich würde aber auch weiter gehen und sagen jetzt nicht nur 700 nach geld los sondern auch 37 wieder und dann eben auch 87 800 das wäre so nächste anlaufpunkt ihr könnt schon zum mittwoch kommen er dürfte theoretisch sogar noch mal unter das unter das vortag ist tief drunter stechen noch mal kurz aber nicht viel also unter 600 menschen weiter nicht haben könnte mir aber vorstellen dass der bereich um zwischen 630 und 600 vielleicht bei einem schwachen start durchaus nochmal ausgelotet werden kann wenn er dann aber von hier 6 10 6 600 auch nur wieder schön nach oben dreht denn das sind rein laufen dann geht er wieder hoch dann geht er wieder hoch an die 700 37 und dann eben auch weiter 87 800 und weiter oben raus also das sieht nicht schlecht aus muss man so sagen hat das ganz gut gemacht er hat sich über dem donnerstag gehalten wir haben das vor wochen hoch nicht das vor wochen tief sondern das vor wochen hoch ausgetestet also da kann man erstmal nicht viel schlechtes zu sagen kritisch würde er erst werden wenn er hier unter der 600 ab braucht ja aber auch dann würde ich trotzdem noch meine 550 einfordern vorher hätte ich nicht tolle viel lust auf short muss schon so sagen ich meine unter 600 jahren wird es ein bisschen naja wird es ein bisschen mehr im finger kitzeln aber ihr kennt das ne ihr wisst wie wir handeln oder auch denken analysieren zumindest sie die länger dabei sind es geht nicht immer darum der überall der erste dabei zu sein nicht unbedingt darum das top perfekt zu erwischen oder das tief das sind das sind immer so diese diese instinkt diese instinktiven wie soll man sagen das wollen immer alle haben ja mir fällt jetzt der begriff dazu nicht ein was ich sagen will aber das wollen immer alle haben alle wollen immer im absoluten top short drin das jetzt so einen absoluten tief long und wenn sie dann aber im absoluten tief mal long drin sind dann brechen sie nach fünf punkten ab das ist so der klassiker ja nach 10 50 punkten und dann rennt die gute 5000 punkte weil man eben die ganze zeit dann immer gegen den trend handelt ja wenn man die ganze zeit an jedem möglichen punkt der sich für eine umkehr eignet denkt das ist jetzt das absolut tief und wenn die leute dann da sitzt und sagt na den lasse ich jetzt mal lang laufen dann klappt das nicht wenn sie unsicher da sitzen und sagen naja das wird bestimmt nichts den breche ich mal ab dann haben sie genau das top getroffen und ich kann und deswegen ist es gar nicht empfehlenswert oder erstrebenswert so zu versuchen zu handeln sondern eher versuchen anders zu handeln zu sagen okay dann bin ich eben nicht im top der erste der drin ist dafür habe ich mehr wahrscheinlichkeit auf meiner signal lage und damit auch mehr wahrscheinlichkeit in der trefferquote wenn ich die ganze zeit hier gegen den trend baller dann haue ich halt auch neuen trades in den surplus bis mir der eine dann mal richtig anläuft das ist halt gegen den trend handeln ja in dem moment wo ich die signal anlage abwarte wo ich den markt ein bisschen kommen lassen mich bestätigen lasse dann habe ich natürlich keine 100 prozent trefferquote das gibt es nicht ja aber dann kriege ich wesentlich mehr trefferquote hin als wenn ich gegen eine bewegung antrade einfach weil ich die signaler kam und von daher weiß kommt wie ich jetzt da hingekommen bin will ich nur sagen genau ich will sagen dass ich nicht unbedingt gleich hier jetzt unter 600 der erste sein muss der das short ist weil wenn er wirklich noch mal um kippt er hatte jetzt hier auch kein höheres hoch gerissen und er tut sich doch irgendwie in diese bewegung rein also platzt guckt man die gaps hier alleine platz ist auf der unterseite genug wenn er denn irgendwann mein short signal liefert ja und das auch verwandelt platz ist genug ja das heißt da kann man auch unter 4 80 noch short gehen und noch schöne gewinne reinholen dann geht man halt mit ein bisschen höheren momentum rein einfach packt ein bisschen mehr size auf kleineren stop loss dann dann kriegt man hier unten auf so eine kleine strecke mit höherer trefferwahrscheinlichkeit auch eine viel bessere quote hin als wenn man hier die ganze zeit gegen die loss gegen die gegen die horse gegenschlägt in der hoffnung dass man das absolut hoch erwischt aber gut das ist ja eher trading technik das hat mit der analyse eigentlich gar nichts zu tun hier ich habe bloß nicht zu viel zu erzählen ihr merkt schon deswegen schweife ich ein bisschen aus aber es ist alles gesagt ich bleibe dabei über oberhalb von 650 der tax aufwärts oberhalb von 600 eigentlich unser tax aufwärts chancen und aufwärts wahrscheinlichkeit sogar noch neue rohs zu reißen 87 800 wäre dann die nächste die bald mal fällig sein dürfte und dann geht es schon richtung 15 49 16 tausend darf auch so laufen wie jetzt aufwärts gäbe zur seite aufwärts gäbe zur seite da oft genug schon gesehen also das darf das kann er kann ruhig bleiben deswegen der rat bleibt bestehen bleibt dann geduldig sei dann nicht zu unruhig und breche zu viel ab sondern aufwärts immer ein bisschen geduld mit bringen das ist einfach so und für short für dich würde ich persönlich immer noch ein bisschen signal lag abwarten also unter 600 möchte ich noch für mindestens sehen und dann lieber eigentlich sogar schon tiefer ja 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 und nehmt nochmals erkenntnis zwischen 6 30 und 600 wenn dann schwachen schnellen start da reinsetzen dann dreht sich dort wieder hoch ist eigentlich eine schöne long chance wenn er wenn er nach oben anziehen muss irgendwie eine signal eine umkehr katze nach oben kommt dann kann man aber gut das soll es dazu sein jetzt machen wir es nicht länger als nötig wünsche euch viel erfolg gutes gelingen dann hören wir uns morgen wieder bis dahin tschüss